Am 12. September werden in Berlin Tausende von Menschen auf die Straße gehen, unter dem Motto Freiheit statt Angst deutlich machen, dass wir den Weg in den Überwachungsstaat nicht weiter gehen wollen. Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, Fluggastdatenaustausch mit den USA und viele andere Eingriffe in die persönlichen Freiheitsrechte haben den Rechtsstaat massiv beschädigt. Dafür wollen wir als Linke mit vielen anderen Bürgerrechtsorganisationen auf die Straße gehen und diesen verhängnisvollen Weg stoppen. Wir wollen Alternativen deutlich machen und wir wollen deutlich machen, dass sowohl soziale Gerechtigkeit als auch politische Freiheitsrechte zwei Seiten einer Medaille sind. Dafür wollen wir demonstrieren. Wir wollen deutlich machen, dass wir den Überwachungsstaat, wie er Herr Schäuble vorschwebt, nicht wollen, sondern dass wir für Freiheit und Sozialismus stehen, denn beides bedingt einander. Wir hoffen, mit Ihnen und euch gemeinsam am 12. demonstrieren zu können.